Musik Das Dube-Museum ist nahe der Altstadt der ehemaligen Festung Al-Fahidi voruntergebracht und bietet einen Überblick über das historische Leben in Dubai vor dem Öl-Boom. Musik Es wurde 1787 nahe dem Dube-Krieg errichtet und ist das älteste noch stehende Bauwerk der Stadt. Es diente als Schutzschild gegen die Invasoren und als Gefängnis. Musik Errichtet wurde das Fohr aus Lehm, Korallenblöcken und Muschelschalen und mit Kalkbrei verarbeitet. Musik Mit der Unabhängigkeit von Großbritannien am 2. Dezember 1971 ordnete der Scheich die Restaurierung der stark verfallenen Al-Fahidi-Festung an und entschied es als Museum umzubauen. Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. Musik Das Ur-Erbe ist das historische Viertel Al-Fahidi. Musik 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 Musik